Dann will ich auch gar nicht lange einführen. Wir springen zum ersten Vortrag. Es geht um die Einführung und den Überblick. Vortragen wird an der Stelle Dr. Claudia Niederre, Forschungszentrum L3S, Gruppenleiterin, Forschungsgruppenleiterin, dort um Geschäftsführerin und ich höre es an der Stelle. So, dann auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich möchte Sie so ein bisschen in das Thema einführen. Es geht ja heute nicht im Kern um KI-Methoden, sondern so ein bisschen im Prinzip um das Grundrum. Und die Motivation dafür ist die folgende, was wir hier beobachten, dass zum einen KI ist ja ein totales Hype-Thema und es gibt auch sehr, sehr große Erwartungen. Wir haben da gerade eine Umfrage bei Produktionsunternehmen gemacht bei 75 und das Ergebnis war im Wesen zum einen, dass KI allgemein als Zukunftstechnologie gesehen wird, aber auch, dass wirklich konkret 65% der Unternehmen Nutzen für ihre Produkte und Dienstleistungen sehen und 60% der Unternehmen sogar neue Geschäftsführer, also neue Produkte, neue Dienstleistungen sehen, die sie von KI erwarten. Und nur 10% sagen, sie haben keine Erwartungen, was ja eine sehr, sehr niedrige Zahl ist. Dem steht aber allgemein in allen Unternehmen gegenüber, laut einer aktuellen Bitkom-Studie, dass nur ungefähr 8% der Unternehmen tatsächlich KI benutzen. Das heißt, da gibt es einen Riesen-Gab zwischen dem, was erwartet wird, was man alles Tolles erwartet und dem, die es wirklich einsetzen. Und dafür gibt es zahlreiche Gründe, dafür gibt es auch Studien. Wir haben das mal hier so etwas flopsig zusammengefasst, dass wir sagen, es gibt einen sehr, sehr langen Weg zwischen KI ist irgendwie interessant, da könnte man doch was machen, und der anderen Seite, wo man sagt, ich habe eine funktionierende KI-Lösung und die optimiert auch tatsächlich meine KPIs. Weil es wird auf dem langen Weg, viele scheitern schon am Anfang, dass sie nicht wissen, was man überhaupt machen kann, aber viele scheitern auch noch am Ende, dass dann irgendwas aufgesetzt wird, aber es funktioniert dann in der tatsächlichen Umgebung nicht so, wie es soll und es optimiert nicht die Parameter, die es optimieren soll. Wir werden jetzt hier sicherlich nicht in den Projekten, die wir fahren, das Ganze zu einer Autobahn machen, deshalb dieses Autobahn-Daischirchen da hinten. Wir arbeiten aber in dem Projekt IAPE Ecosphere, was irgendwie so ein Schwesterprojekt ist, aber arbeiten wir konkret an der Beschleunigung von KI-Projekten. Wir wollen jetzt hier nicht das KI mit dem IAPE Ecosphere-Projekt vorstellen, sondern wir wollen uns hier auf einen etwas anderen Fokus konzentrieren. Und zwar ist es ein bisschen eingeschränkter, wenn wir diesen langen Pfad sehen, ist ein kleiner Teil dieser Fragestellung ja die Selektion und das Training einer KI-Maschule. Aber das ist tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil davon. Und rundherum gibt es eine Menge anderer Themen, die auch berücksichtigt werden müssen. Das heißt, allein wenn ich weiß, ich will Reefrozen-Bürgern benutzen, habe ich noch nicht die Lösung, die meine Produktion optimiert, sondern da ist ein langer Weg. Und wir wollen uns das heute von verschiedenen Perspektiven angucken und haben dazu auch Vorträge zusammengestellt. Ausgeschlossen, was wir euch nicht so angucken, ist zum Beispiel Betrachtung von ökonomischem, praktischem Nutzen. Auch sehr wichtige Themen, aber die gucken wir uns heute nicht so an. Also die Fragen, was hat das Lust? Und auch Sachen wie Ideen, Fähnungen, werden wir weniger betrachten. Und ausgenommen ist auch ein bisschen Fragen, wie Mitarbeiterakzeptanzung in Betriebnahme. Auch das sind wichtige Themen für KI-Lösungen, wo auch oft KI-Lösungen dran scheitern. Das haben uns auch Unternehmen schon gesagt. Wir haben dann diese tolle KI-Lösung, aber die Mitarbeiter wollen das nicht. Und dann wird das halt zum Teil auch einfach sabotiert. Man will das nicht, weil man Angst hat, das soll einen ersetzen. Und dann wird das im praktischen Betrieb auch sabotiert. Das heißt, es gibt auch da bei der Inbetriebnahme auch jede Menge Themen, die Mitarbeiter zum Beispiel mitzunehmen. Aber das wollen wir heute nicht weiterbraten. Ich wollte es nur so für ein komplettes Picture aussagen. Das ist dann nicht alles, was wir heute machen, ist dann auch noch nicht das Gesamtbild, sondern das ist auch wieder nur ein ausgegriffener Anteil. Was wollen wir uns dann heute angucken? Wir wollen uns so vier Themenbereiche angucken, die so rund um die Sektion liegen. Ganz zentral wird das Thema Software sein. Das ist ja auch das Hauptthema. Also was geht in KI-Entwicklung als Softwareprojekt zu betrachten? Was für Software-Engineering-Methoden sind da anwendbar? Was sind da auch noch offene Fragestellten in diesem Bereich? Zweiten Bereich, wo wir so ein paar Klickereien werfen können, das ist auch mehr so, wo ich mehr Kompetenz habe, vielleicht ein bisschen als bei Software-Engineering. Woher kommen denn eigentlich die Daten? Was gibt es da auch für Probleme? Jenseits von, ich kann mit der KI-A-Daten, habe meine Daten schon. Dann, was ein Thema im, insbesondere im Heisenberg-Projekt ist, auch mehr die Frage, wo soll eine KI eigentlich laufen? Es gibt ja ganz viele Varianten in Hardware. Da gucken wir auch noch mal kurz einen Blick drauf, da wird es jetzt keinen Vortrag zu geben, da möchte ich aber ein Folter setzen zu unserem Projekt. Und dann so auf dieser Seite, das geht ja so ein bisschen in Richtung den Betriebnahmen, die Frage ist, wie kommt es denn eigentlich von der KI zur Autonomie? Das ist ein bisschen flapsig formuliert. Natürlich geht nicht jede KI in Autonomie, sondern deshalb habe ich noch mal Entscheidungsunterstützung drunter geschrieben. Viele KIs gehen ja auch nur in Entscheidungsunterstützung, machen nicht ein volles autonomes System. Gut, dann fangen wir mal an, einen kurzen Blick in das Thema, wo kommen denn die Daten? Ja, ganz gut. Natürlich eine Methode ist Datensammlung, ganz klassisch. Man kann verschiedenste Sensoren benutzen, das wird ja zum Beispiel in der Produktion, im autonomen Fahren und vielen anderen Bereichen genutzt, dass man praktisch Daten sammelt über Sensoren, die aufbereitet und sie dann der KI zufügt. Da gibt es natürlich auch noch sehr viele Skeps dazwischen, aber das vereinfacht man das jetzt. Und dann kann man natürlich auch Daten über Benutzer sammeln und über Transaktionen, zum Beispiel machen wir mal über Versicherungen oder so, die ja auch KI einsetzen, Kreditvergabe, wo man einfach Daten über Benutzer sammelt. Ein anderes Beispiel wäre natürlich auch Videoüberwachung, da fallen ja auch irgendwelche Daten an, die natürlich auch mit KI verarbeitet werden müssen. Und da könnte ich eine endlose, lange Liste machen, wir wissen alle, dass heutzutage sehr, sehr viele Daten gesammelt werden und dass die auch für KI-Anwendungen der verschiedensten Art genutzt werden. Deshalb ist es auch immer sehr schwierig, ganz allgemeine Aussagen zu machen, weil das Feld halt sehr divers ist. Und da gibt es natürlich das Thema Datenaggregation, wie man eine Kombination, das ist auch super wichtig. Wir arbeiten hier zum Beispiel viel im Umfeld von Produktion und da ist es halt super wichtig, dass man nicht die rohen Daten benutzt, sondern die werden dann erstmal über fünf Stufen gemapcht, bevor man überhaupt irgendwas hat, wo man in irgendeiner Form sinnvoll gar nicht drauf passen, packen kann. Nun gibt es aber, obwohl es ja so viele Daten gibt, oft auch den Fall, und das sage ich aus unserer fiktischen Praxis, wo es nicht genug relevanten Daten für mein KI-Modell gibt. Obwohl ja grundsätzlich eigentlich viele Daten anfangen, aber das dann oft, dass die, die man eigentlich braucht, nicht erfährt. Ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel in der Produktion, wenn wir mal Ausfälle, also Daten für Ausfälle, und oft sind Ausfälle halt extrem selten. Das heißt, Daten über Ausfälle habe ich halt, obwohl ich ganz, ganz viele Daten habe, habe ich ganz wenige. Es gibt zum Beispiel Sachen, die fallen nur alle fünf Jahre aus. Dann habe ich alle fünf Jahre mal Daten über eine Auswahl. Das heißt, ich habe Riesenmengen von Daten, aber keine, die so einen Ausfall entscheiden. Und da möchte ich jetzt auch so ein bisschen ein Peuter setzen, was wir sonst noch machen können. Das eine wäre so verschiedene Modelle für die Wiederverwendung und Scherung von Daten. Da sage ich auf der nächsten Folie gleich noch ein bisschen mehr für, dass er sagt, wie kann ich Daten von anderen nutzen, aber auch Daten vernünftig wiederverwenden. Und die zweite, da wollte ich hier nur so ein Peuter setzen, ist, es gibt natürlich auch Datengenerierung. Das heißt, dass man synthetische Daten erzeugt. Und da gibt es auch wieder Maschinen-Learning-Modelle, um Daten zu generieren. Da benutzt man insbesondere Generative Advisory Networks, wo praktisch das eine Netzwerk Daten erzeugt und das andere versucht festzustellen, ob das synthetische oder echte Daten sind. Und damit lernt, die synthetischen und die echten Daten möglichst ähnlich zueinander gemacht. Mal ganz grob zusammengefasst. Das ist in der Realität natürlich schon einiges komplizierter. Und das ist auch verschieden kompliziert für verschiedene Arten von Daten. Aber da gibt es inzwischen auch schon einige Methoden, die man benutzen kann. Das geht natürlich für bestimmte Anwendungen besser, für andere weniger gut. Dann wollte ich ein bisschen was noch zum Detachering sagen. Wiederverwendung Daten ist ja an sich auch ein plausibles Thema. Und das ist insbesondere dann ein Thema, wenn die Daten nicht bei dem Unternehmen anfallen, das davon profitieren könnte. Wenn ich zum Beispiel Maschinen baue und die ausliefe, also Maschinen-Bauer und die ausliefe, dann fallen die eigentlichen Daten beim Nutzer der Maschine an. Interessant werden die aber bei Maschinen-Bauer, um die Maschine zu optimieren. Und da gibt es halt da schon Interessen, der Anwender sagt, warum soll ich dir die Maschinendaten geben? Ich gebe meinen IPA frei aus und habe ich da ja auch gar nichts von so direkt jetzt mal. Das heißt, da gibt es oft, das ist nicht so klar, als ob man wiederverwenden kann. Es gibt insgesamt eine mangelnde Bereitschaft der Unternehmen. Wir haben auch in der Umfrage, das war jetzt wieder für die Produktion, 66% der Unternehmen unsere Produktionsdaten dürfen das Unternehmen definitiv nicht verlassen. Da habe ich auch schon andere Projekte gehört, wo es hieß, da wurde der Raum abgestimmt, wo die Daten sein dürfen. Also da gibt es ganz, ganz strenge Vorstellungen, wie das IPA ist und wahrscheinlich auch mit Berechtigung. Es gibt auch halt noch eine relativ unklare rechtliche Situation, was den Datenbesitz betrifft, was das natürlich nicht unbedingt erleichtert. Dann gibt es aber auch Ansätze, da wollte ich auch drauf hinweisen, die Nutzer, Nutzung zur Kontrolle, die sind aber auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen, weil man natürlich auch das Problem hat, wenn ich jemand anders die Daten für irgendwas Bestimmtes gebe, sobald ich irgendwie ausgehändigt habe, habe ich ja eigentlich keine Kontrolle mehr darüber, was der wirklich damit macht. Und das ist so, da versuchen zu Protokollen, Verträgen oder auch technische Lösungen zu kommen, da wird dran gearbeitet, aber ich sage mal, das ist noch sicherlich ein langer Weg. Da gibt es beim International Data Space, bei Gaia, es gibt es Bemühungen in diese Richtung, zu sagen, wie kann ich kontrollieren, dass jemand, dem ich die Daten gebe, mit den Daten auch tatsächlich nur das macht, was vertraglich vereinbart ist. Und ein anderes Thema auch, wo wir auf dem IRP-Ecosphere müssen wir anarbeiten, ist die Bewertung von Daten. Wenn ich Daten austausche, wie viel sind Daten denn wert für ein KI-Kodell? Da gibt es auch Maßnahmen, aber da ist auch noch viel zu tun, zu sagen, kann ich, wenn ich so ein Paket Daten kriege, wie kann ich denn bewerten, was das wirklich für mich wert ist. Dann wollte ich nochmal ein bisschen in eine andere Richtung für Daten-Sharing gucken, das ist federiertes Lernen. Und das adressiert eigentlich genau dieses Thema, dass man sagt, ich bin eigentlich nicht bereit, Daten zu sharen. Und was man da macht, anstatt die Daten zu sharen, da habe ich mal das Bild aus dem Paper angenommen, da wollte ich jetzt kein Eignis machen, weil es auch ganz gut ist. Also ich habe drei Eignis, oder hier eine Menge von Eignis, hier sind es nur drei, die Punkte sind nur noch mehr, die alle Daten haben, die von der gleichen Art sind. Das muss man auch sagen, die müssen praktisch die gleichen Phänomene beschreiben. Und was dann gemacht wird, es werden lokale Modelle bei jedem Anwender gelernt und ausgetauscht wird über einen zentralen Trusted-Server werden nur Modellparameter. Das heißt, ich tue Wissen über das Modell, aber nicht die Daten selbst austauschen und würde dann das abgedehtete Modell wieder nach außen verteilen. Das ist das, was wir beim federierten Lernen machen, ist momentan auch ein relativ researchisches Gebiet. Also viel Research wird da auch momentan gemacht. Es gibt auch schon erste Frameworks, wie zum Beispiel das Flower-Dev, da gibt es, das ist halt insofern gut, weil ich halt tatsächlich leer profitieren kann von anderen Leuten Daten, ohne das nicht mehr loszutauschen. Es ist aber auch so, und das ist glaube ich, ein KI allgemein gekannt, dass natürlich das Modell selbst auch viel Information über die Daten enthält. Das heißt, da gibt es tatsächlich auch Sicherheits- und Privacy-Problems. Da haben wir auch gearbeitet, wie man sozusagen verhindern kann, dass ich anhand der Modellparameter, die Fingung, weiß, was der andere für Daten hat. Das ist sicher ein Thema. Und auch hier ist wieder Bewertung des Beitrags natürlich ein Thema. Wenn ich das mit mehreren zusammen machen will, ist dann eventuell auch irgendwann über Kompensation gesprochen. Und dann muss man auch wissen, auch dafür gibt es Ansätze, zu sagen, wie hoch ist der Wert der Daten, wie ich in so ein fütteriertes Lernsystem, in so ein Rahmen, einbringen. Und dann wollte ich noch mal einen dritten Punkt. Das ist, eigentlich kann man das hier direkt anschließen. Oft ist das natürlich schlimm so, wenn ich von den Daten von jemand anders lernen will, dass die Situation nicht ganz gleich ist. Und dann kommen wir zu dem Thema vom Transferlearning. Da geht es halt darum, dass ich sage, ich lerne von Daten oder eher gesagt, ich nutze ein Modell eigentlich eher, was in einer ähnlichen Situation gelernt worden ist. Das heißt, dann muss ich halt noch Abwählungen machen, um das mit Blut nutzen zu können. Der Vorteil ist halt, wenn ich ein sehr variantes Umfeld habe und ich sozusagen für die Gesamtmodelle halt nicht so viele Daten habe, dann kann ich das sozusagen nutzen. Dafür, weil davon, wenn wir mal von Herrn Wissbrock von Lenz im Vortrag hören, die das nutzen, um halt ihre Betriebe-Motoren und Qualitätszusichern, weil die halt eine sehr variantenreiche Produktion haben. Und da es halt nicht so ist, dass man für jede Variante Modell lernen kann, sondern gucken kann, welche Getriebe-Motoren verhalten sich in dieser elektrfinalen Qualitätsprüfung ähnlich, also was sind da die Parameter und dann zu gucken, wie kann ich dann Modelle transferieren, was ich sozusagen schon gelernt habe, wie da, dass ich halt weniger Modelle habe, als ich Varianten habe. Da werden wir da mehr zu hören, im Prinzip ist es aber auch auf jeden Fall ein spannendes Forschungsthema. Gut, soviel zu den Daten. dann gehe ich jetzt zum KI-Lösung- als Software-Projekt. Ich hoffe, die haben vom Software-Engineering springen jetzt nicht gleich ab, bis es jemand, den ich schon mal von den Experten präsentieren muss. Die Frage ist, also ich habe einfach mal so ein paar Fragen zusammengestellt. Das eine, was ich halt sehe, was definitiv ein Thema ist, wie fügt sich eigentlich das Training von KI-Modellen in die Software-Entwicklung ein? Ich habe da ja zwei Paradigmen. Zum einen Programmier-Scher-Verhalten und zum einen Lern-Scher-Verhalten habe ich hier sozusagen geschnittstellt. Wie kann ich zwischen den beiden sozusagen vermitteln? Dann stellt sich natürlich auch die Frage nach Abduktionen, die gerade in dem Sinne, dass wir den Weg kurzer machen wollen, was sind denn KI-Bausteine, die man wiederverwenden kann, was sind sinnvolle KI-Prozesse, dass man da so ein bisschen weggeht von tatsächlich Individualsoftware-Entwicklung zu etwas klareren Komponenten, die man mehr oder weniger zusammenstecken kann. Stellt sich auch die Frage nach geeigneten Architekturen, weil ich ja Daten zuführen muss, prozessieren und ich habe eine Lernumgebung und eine Test- und Trainingsumgebung. So, da gibt es halt viel. Und da gibt es halt auch die Frage, was gibt es da als Practice? Gibt es vielleicht auch Pattern für KI-Gewissung? Das ist ja ein Software-Engineer sehr beliebt, Pattern zu haben. Was könnte man da machen? Die frage ich jetzt auch nach geeigneten Entwicklungsumgebungen, weil ich natürlich so zwei Arten von Vorgehen habe. Ich habe dieses explorative Lernen mit Modellen entscheiden, Parameter-Türmeln und so weiter. Aber ich brauche auch das Programmieren und eigentlich wäre es ja auch schön, wenn das in der gesamten Ummeisterung gegeben wird. Und dann habe ich das ganze Thema auch das Deployments von KI-Gewissungen. Ich habe ja die Trainingsphase, die dann übergehen muss in die Anwendungsphase. Das heißt, ich muss aus dem Training, wo ich das Modell gelernt habe, in die Anwendung des KI-Modells in die realen Daten kommen. Da stellen sich zum Beispiel Fragen von Datenversorgung, aber auch, wo läuft genau die KI? Na, an der Maschine oder auf dem Server? Und dann habe ich auch, was auch bei uns in der KI-Forschung wieder ein Thema ist, das Thema, das Evolution in der Anwendung. Typischerweise verändern sich irgendwie, wo ja das erlernte Modell wird irgendwann invalide. Und ich habe zum einen das Problem zu merken, dass es invalid ist und auch das andere Problem, wie ich damit umgehe, mache ich Online-Learning, lerne ich in gewissen Abständen, lerne ich, wenn ich merke, dass sich das abweicht. Im Bereich Software Engineering haben wir drei Vorträge heute. Das eine, der zu SEH-Ausforderungen durch KI-Mendungen und wie man ihnen begegnen kann. Das wird vorgetragen von Herrn Schmidt und Herrn Eichelberger von der Universität Hildesheim. Dann würden wir einen zweiten Vortrag haben von Herrn Tinkenberg von RapidMiner, die ja eher in den KI-Umgebungen unterwegs sind, auch in der KI-Entwicklung. Man weiß auch, dass Sie da gerade für die Fragen wie die Pläume und so auch einige Antworten haben. Und der wird vortragen über künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in der industriellen Produktion. Ich würde da aber anwendungsfreie Beispiele für die Generierung von mehreren aus Daten sprechen. Und Herr Haltrang von Slash-Wire, wie Sie auch in der Entwicklung unterwegs sind, KI-Entwicklung, würde was vortragen über Predictive Operative in New World. Gut, damit verlasse ich das Thema Software. Da wird es ja auch noch jede Menge Details zu geben. Dann ein paar ganz kurze Dinge zu, wo soll die KI laufen? Es gibt ja, ist ja aber momentan schon eine Situation, dass es sehr viele neue Hardware gibt, die auch spannende neue Sachen ermöglichen, wie zum Beispiel die GPUs und die TPUs, ohne die realistische KI-Entwendungen im Sinne von neuronalen Netzen überhaupt nicht möglich wäre, weil man dazu einfach für diese Riesennetze Riesenkapazitäten braucht, wie zum Beispiel für Steve Fleurling. Dann ist natürlich auch Edge Computing, das die Möglichkeit bietet, KI sehr nah an die Maschinen zu bringen und damit halt auch Sachen möglich macht, Steuerung, Sachen, der da nicht an der Maschine auch schnellere Besteuerung den möglich macht. Und dann ein drittes Thema sind die FPGAs, also programmierbare Arrays, die hohe Energie offiziells erweisen und auch sehr hohe Produktivität, aber halt eher für speziellere Anwendungen sind. Und hier, als Wort of Caution, die Programmierung ist da eine echte Herausforderung, weil das halt eine ganz andere Art Denkweise ist, die man dafür braucht. Herr Eichberger kann ja ich glaube ich auch von Berichten hat auch mal einen Kurs gemacht. Das ist halt schon eine ganz andere Welt, in die man eintauchen muss. Da muss man genau wissen, was davon ist geeignet. Sie sind aber natürlich unheimlich wichtig, weil sie relativ kompakt sind und werden auch in vielen Bereichen zum Beispiel auch in der Mobilität eingesetzt. Das ist auch eine kommende Technologie. Da will ich jetzt auch gar nicht so viel mehr dazu sagen. Da wollte ich nur hinweisen, das Projekt, das ja in dem Fall das im Rahmen dieses Braille stattfindet, das Heisenberg-Projekt bringt ja diese, genau diese drei Themen, in KI, Software, Engineering und Hardware zusammen und versucht da sozusagen gemeinsam einen Weg zu identifizieren. Dabei konzentriert sich das Projekt nicht auf Forschung, sondern eher auf Qualifizierung und praktisch zusammen die Entwickler in die Lage zu versetzen, effektiv und effizienter rechnen können zur Realisierung und der Veränderung von modernen Software-Engineering-Methoden und in der Ausnutzung moderner Hardware-Abschätzung. Das heißt sozusagen, diese gemeinsame Kompetenz, die in der Universität gerade auch sehr, sehr separiert vermittelt wird. Oft bilden sie Data-Seites aus, sie bilden Software-Engineer aus und Leute, die mit Hardware umgehen können, aber es ist nicht unbedingt, dass diese Verlinkung, die Abhängigkeiten, wenn man wenig berücksichtigt. Dann noch ganz kurz von der KI zur Autonomie, damit ich meine Zeit auch nicht allzu sehr überziehe, ist, da geht es darum, wie man halt letztendlich, wenn ich die KI-Methode fertig habe, wie ich das dann auch in einen größeren Systemkontext einbitte. Natürlich wird in vielen Dingen sind, wenn Sie jetzt Ihren Algorithmus haben, Ihren Deep Learning-Algorithmus, das wird ja nicht so separat benutzt, sondern da wird mit vielen anderen Sachen kombiniert. Denken Sie zum Beispiel ans autonome Fahren, da gibt es ganz, ganz viele Sensoren, ganz, ganz viele Sachen, wo KI angewandelt wird und im Endeffekt, damit das Ende des Autos allein fährt, wenn Sie es dann mal irgendwann tun, ist es halt nochmal ein langer Weg. Und da möchte ich nur so auf ein paar Themen hinweisen, die dabei eine Rolle spielen, neben diesem komplexen Systemkontext und dass man natürlich die Unsicherheiten, die verschiedene KI-Modelle mitbringen, auch dann da kombinieren muss in einer vernünftigen Weise, dass man eventuell auch die Situation hat, dass verschiedene KI-Modelle Verschiedenes sagen und man dann eine Entscheidung dazwischen treffen wird, gibt es halt auch ein wichtiges Ding bei den automatisierten Entscheidungen, das halt nochmal ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten, nämlich so Themen wie Nachvollziehbarkeit und Erklärbarkeit, was zum Beispiel bei Umfragen 90% der Unternehmen für ein sehr wichtiges Thema gehalten haben. Dann Fragen von Fairness und Bias, da gab es ja auch eine Menge Presse zu diesem Thema, dass man sagt, man kann in der KI beliebige Menge an Bias einführen, man lernt insbesondere typischerweise auch den Bias der unterliegenden Daten, was insbesondere, wenn man über Menschen entscheidet, wichtig ist, dann ganz genau einen Klick drauf zu werfen, dass man dann nicht sozusagen die in den Daten inkludierten Bias einfach übernimmt und die in die KI-Entscheidung wieder rein, dann automatisiert auch. Und dann natürlich das gesamte Thema, wenn autonom gehandelt wird, was bedeutet das, was bedeutet das für Haftung und auch solche Sachen, es geht dann so ein bisschen in dieses Thema Verwandlung vor der KI und dann ein anderes Thema ist natürlich auch die Interaktion von Menschen mit Menschen, also zu sagen, wenn die KI agiert und die Menschen agieren, was sind da die Schnittstellen? Das hat viele auch wieder thematisch, da hat man den Roboter, wie agiert man da? Aber man hat auch die Frage, wenn es zum Beispiel die KI-Systeme immer komplexer werden und immer mehr selbst lösen, dann ist es, wenn der Mensch eingrauben muss, dann typischerweise schon Super-GAU und dann ist es für Menschen natürlich sehr schwer einzugreifen, wenn er so gar nicht mehr dieses Prozesswissen hat und weiß, was da eigentlich passiert ist. Ist ja ähnlich wie mal Autorom fahren, auch das Auto, man braucht da nichts zu machen, bis es ein Problem geht, wo ich ja eh nicht mehr weiter weiß. Und dann hat aber ein Mensch typischerweise das Problem, wenn ich mich dann zwischendrin mit dem Modell beschäftigt habe, dann plötzlich zu sagen, hey, jetzt musst du übernehmen und bin aber überhaupt nicht in der Situation. Also auch solche Sachen, das muss man sich halt auch angucken und das gehört halt auch zur Autonomie. dazu. Also es ist halt auch so ein interdisziplinäres Thema, wo auch ja einiges an Forschung stattfindet. Um das abzuschließen, dazu gibt es zwei Vorträge von Herrn Beuter von Bosch, der wird über Antrages und Challenges Using AI for Autonomous Striping sprechen. Und dann das zweite Thema wird sein Moving Machine Learning Projects in the Production with Interdisciplinary Teams. Das wird Herr Kästner sein von der Carnegie Mellon University. Dann werden wir das so ein bisschen abrunden. Und das war's dann auch von meiner Kästern. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß bei den Vorträgen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.